Hochsensibel? Selbstwertgefühl bei Hochsensibilität stärken. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Erkenne deinen wahren Wert. Mein Name ist Sivona und ich bin dein ganzheitlicher Live-Coach und ich helfe Menschen dabei, ihren wahren Wert zu erkennen, ein unerschütterliches und stabiles gesundes vor allem Selbstwertgefühl aufzubauen, welches sie einfach in allen Lebensbereichen erfolgreich machen wird, welches dazu führen wird, dass jeder Mensch und somit auch du seine Ziele erreichen kann und einfach nur glücklich sein kann. Im heutigen Podcast geht es ja, wie ich eben schon angekündigt habe um das Thema Hochsensibilität und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, wie kommt sie jetzt darauf oder vor allem, was hat das jetzt mit Selbstwertgefühl zu tun? Also das hat sehr, sehr viel damit zu tun, aber fangen wir doch erstmal von vorne an. Wie komme ich darauf? Ich komme darauf, weil ich selbst ein hochsensibler Mensch bin. Das ist auch wirklich erwiesen und ich habe mich auch schon immer anders gefühlt als andere Menschen. Ich werde dir dazu auch einiges noch erzählen gleich zu meiner persönlichen Geschichte. Erstmal will ich allerdings, dass wir uns mal anschauen, was genau Hochsensibilität ist, also welche Anzeichen kommen da vor, was ist das überhaupt? Ich werde natürlich eher auf die negativen Seiten eingehen von hochsensiblen Menschen, weil das sind oft die Seiten natürlich, die uns Hochsensiblen dann daran hindern, vielleicht voranzukommen, uns gut zu fühlen, unsere Ziele zu erreichen und ein stabiles Selbstwertgefühl aufzubauen. Aber dazu ja gleich mehr. Natürlich hat es sehr, sehr viele Vorteile, hochsensibel zu sein. Das werde ich auch kurz erläutern, aber fangen wir nochmal an. Was sind vielleicht die Nachteile von hochsensiblen Menschen, die dennoch natürlich auch Vorteile darstellen können? Es ist so bei Hochsensiblen, dass sie Gefühle extrem wahrnehmen, also wirklich extrem. Nicht nur die eigenen Gefühle, sondern auch die Gefühle anderer Menschen und die Energien, die in einem Raum schweben. Das ist jetzt kein Hokus-Pokus, sondern das ist wirklich die Wahrheit. Das heißt, wenn Hochsensible vielleicht in einem Raum von mindestens ein, zwei Leuten sind, also meistens sind es natürlich mehr Leute, aber auch noch eine andere Person reicht schon aus, dass Hochsensible extrem die Gefühlswelt dieser Person wahrnehmen. Das heißt, vielleicht kennst du das ja auch, du kommst in einen Raum, bist vielleicht gut gelaunt, bist aufgestanden, hast voll Bock auf deinen Tag und du kommst ins Büro vielleicht und merkst einfach, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Du bekommst auf einmal so ein Kloß im Hals, alles verkrampft sich, also das sind jetzt vielleicht die extremeren Ausprägungen oder du hast einfach ein komisches Gefühl, hier ist irgendwie was passiert oder du denkst, ist gerade hier alles okay, fragst vielleicht deinen Kollegen, deine Kollegin, ist alles okay, die Person sagt, ja, ja und du hast das Gefühl, nein, hier stimmt etwas nicht. Und das ist das, was ich meine. Ich meine, viele geben ja nicht zu, wenn es ihnen schlecht geht. Vielleicht denken die, okay, warum soll ich das jetzt meinem Kollegen erzählen? Das heißt, vielleicht geht es deinem Kollegen oder deiner Kollegin schlecht, die will dich aber nicht belasten, die Person. Oder vielleicht gab es vorher Streit oder vielleicht schwebt irgendwas in der Luft, irgendein Konflikt oder vielleicht ist sehr, sehr viel Stress gerade auf der Arbeit. Das heißt, die Menschen haben Stress und das überträgt sich natürlich auf die Einzelnen und dann merkst du es vielleicht bei deinem Kollegen und erst recht, wenn mehrere Leute in einem Raum sind, die diesem Stress ausgesetzt sind. Und es ist auch dann so, dass hochsensible Menschen auch sich die Dinge dann sehr stark zu Herzen nehmen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, ja, dass du da ins Büro kommst und das Gefühl hast, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kommt vielleicht ein anderer Kollege rein, ist vielleicht ein bisschen genervt und sagt, ja, kannst du mir vielleicht noch bitte das schnell geben? Ich habe echt keine Zeit. Und du beziehst das auf dich, ja, dass er vielleicht irgendwie böse auf dich ist, dass du was falsch gemacht hast. Dabei ist der andere einfach nur im Stress. Und natürlich ist das irgendwie keine Ausrede, nur wenn man im Stress ist, dass man gemein sein darf. Aber wir kennen das ja alle. Wir sind alle mal zickig. Und da wissen wir ja auch, dass es nicht immer was mit den anderen Leuten zu tun hat. Aber hochsensible Menschen nehmen das dann oftmals sehr, sehr ernst. Also sie beziehen das wirklich stark auf sich. Und das ist auf jeden Fall auch ein Symptom hochsensibler Menschen. Das heißt, sie sind auch sehr schnell verletzt, fühlen sich schnell abgelehnt, schnell traurig. Und ich sage jetzt mal, diese negativen Gefühle, diese Gefühle werden ja oftmals als sehr negativ wahrgenommen, halten auch länger an. Das heißt, sie gehen nicht so schnell weg wie bei anderen Leuten, weil hochsensible auch die Tendenz haben, sich da rein zu steigern und halt auch eben eigene Gefühle auch viel intensiver wahrnehmen. In der Mischung damit, dass man sich die Dinge auch schnell zu Herzen nimmt, kannst du dir auch vorstellen, dass hochsensible Menschen sich dann sehr schnell abgelehnt fühlen, weil sie sich die Dinge einfach viel zu sehr zu Herzen nehmen und weil sie auch sehr, sehr viel auf sich selbst beziehen. Darauf aufbauend quasi haben sie auch oftmals Schlafstörungen, weil sie können sich auch oftmals an ihre Träume besser erinnern, haben dort auch große Empfindungen oder nehmen halt einfach so viele Reize am Tag auf, Energien, Gefühle anderer. Und was ich mit Energie meine übrigens sind halt eben diese gefühlten Energien. Man fühlt irgendwie Freude oder Hass oder Trauer und das ist auch eine Energie, die auf einen wirkt, die uns entweder positiv stimmt oder negativ. Das ist das, was ich mit Energien meine. Und oftmals haben hochsensible dann auch eben sehr, sehr wenig Energie, weil sie sich ausgelaugt fühlen durch die ganzen Eindrücke, durch die ganzen Gefühle, die sie mitkriegen und wirklich nachempfinden, als wären es ihre eigenen. Und das ist halt einfach der Punkt. Und deswegen ist es oftmals so, dass diese Personen unter Schlafstörungen leiden und auch Probleme haben, durchzuschlafen. Was unter anderem auch daran liegt, dass sie sehr, sehr empfindsam gegenüber Geräuschen und Lärm sind. Also ich kenne das von mir selbst, ich nehme Geräusche ultra krass wahr. Also ich kenne das auch von meinem Freund, der sagt dann so, wie kann dich das stören? Aber mich stört so vieles, weil ich habe auch ein ultra gutes Gehör. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Merkmal von Hochsensiblen ist, aber es ist wirklich extrem und ich kann mich so schnell ablenken lassen, wenn ich nicht aufpasse. Aber dagegen kann man natürlich was tun, indem man lernt, sich zu konzentrieren und indem man auch dafür sorgt, dass man seine Ruhe hat. Aber man kann natürlich nicht erwarten, dass nirgendwo ein Geräusch kommt und das kann man natürlich trainieren. Und Hochsensible fühlen sich auch deswegen oftmals unwohl in großen Gruppen, weil das sind auch wieder so viele Eindrücke und so viele verschiedene Emotionen und Gefühle, die auf einen einwirken. Und das ist dann so extrem. Ich kenne das auch. Oh mein Gott, also ich bin früher manchmal früher nach Hause gegangen auch, ja, von Geburtstagen oder von irgendwelchen Versammlungen, Partys sowieso, weil mir war das zu viel. Also ein, zwei Stunden, das hat mir dann echt gelangt. Ich konnte das kaum aushalten und ich hatte auch nie Interesse daran, irgendwie in großen Gruppen was zu unternehmen. Ausnahme war vielleicht einmal im Jahr mein Geburtstag, wo irgendwie vielleicht fünf bis 15 Leute da waren. Und das habe ich dann auch gemerkt. Irgendwann ist mir zu viel. Ich kann ja auch gar nicht richtig mit jedem reden. Und ich habe mich überfordert gefühlt, ja, weil so viele Eindrücke und jeder hat andere Erwartungen und zu viel, zu viel einfach für mich, ja. Und das ist auch ein großes Merkmal. Also das höre ich auch sehr oft in meinen Coachings. Da habe ich ja auch ein paar Hochsensible Leute drin. Denen ist das auch einfach zu viel. Und die Freunde verstehen das manchmal nicht. Die sagen dann, ja, wieso? Also ich will doch auch immer was in Gruppen machen. Warum kannst du das nicht? Und die fühlen sich dann vielleicht auch abgelehnt. Und das ist halt wichtig, dass man das den Menschen erklärt, ja. Dass man dann sagt, sorry, es ist nichts Persönliches. Mir ist es einfach zu viel. Und bei mir war das auch immer so. Ich habe mich meistens gerne mit einer Freundin maximal zwei getroffen und dann hatte ich dann auch eher mehrere verteilte Freunde immer schon als jetzt irgendwie eine große Clique oder so. Und da muss halt jeder einfach gucken, was zu ihm passt. Und man sollte sich wirklich von seiner Intuition und von seinen Gefühlen da auch leiten lassen und sich nicht zu etwas zwingen und sich dann sozusagen selbst vergewaltigen, obwohl es einem einfach nicht gut tut. Und jetzt kommen wir zum letzten Merkmal, welches ich dir vorstellen möchte. Das ist die sehr hohe Empathiefähigkeit. Wie gesagt, alle Anzeichen für Hochsensibilität, die ich dir eben vorgestellt habe, müssen a. nicht dafür sprechen, dass jemand hochsensibel ist. Also ich glaube, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt. Es kann auch sein, dass diese Anzeichen etwas anderem zuzuordnen sind. Aber das sind jetzt wirklich die Punkte, die, wenn sie gehäuft auftreten, sehr stark für Hochsensibilität sprechen. Aber das kann man natürlich auch neurologisch abklären lassen. Und B, was mir sehr, sehr wichtig ist, das müssen keine negativen Sachen sein. Also alles das, was ich genannt habe, außer sich etwas stark zu Herzen nehmen und die Schlafstörungen, haben wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Und der Punkt hohe Empathiefähigkeit ist so ein Vorteil. Das sind dann auch Menschen meistens, die später dann Coaches werden, die Psychologen werden, Künstler und so weiter. Weil auch da ist es natürlich wichtig, dass man eine sehr, sehr hohe Empathiefähigkeit ist, dass man sich in andere hineinversetzen kann. Dass man nicht nur sagt, ich, ich, bei mir ist das aber so. Also ich reagiere da so. Ja, ich habe doch auch gegen hier und da nichts. Ich sehe das doch auch so. Das ist ein Anzeichen dafür, dass ein Mensch sehr, sehr wenig Empathie hat. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Aber da kannst du immer ganz gut erkennen, okay, was ist das gerade für ein Mensch? Versteht er mich oder nicht? Kann er sich in andere Menschen gut hineinversetzen oder nicht? Und diese hohe Empathiefähigkeit kann zu sehr, sehr vielen Dingen führen. Die kann auf der einen Seite natürlich dazu führen, was positiv ist, dass man sich in Menschen sehr gut hineinversetzen kann und für sie da sein kann. Und auf der anderen Seite aber auch dahin führen, dass man sich gar nicht mehr selbst wahrnimmt. Dass man sich die ganze Zeit so stark in andere hineinversetzt, weil man ja mit ihnen mitfühlt, weil man halt eben quasi reinspringt in die Gefühle, die man empfindet, ohne sie zu hinterfragen, ob es die eigenen sind oder ob das gerade Sinn macht, ja, dass man sich selbst verliert und dass man dann nur noch an andere denkt. Also das erstmal sind die Anzeichen. Das sind nicht alle Anzeichen für Hochsensibilität. Ich habe jetzt einfach mal die für mich relevantesten, vor allem auch hinsichtlich zum Thema Selbstwert herausgefischt und die auch wirklich das am eindrücklichsten beschreiben. Jetzt möchte ich dir ein bisschen was zu meiner Geschichte erzählen in dieser Hinsicht. Und zwar ist es so, ich war schon immer ein sehr, sehr sensibles Kind. Ich habe auch sehr, sehr viel mir zu Herzen genommen, war sehr empfindsam, war ein recht ruhiges Kind, habe sehr viel gelauscht, habe mir auch sehr viel zu Herzen genommen. Ich hatte natürlich auch eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Deswegen bringe ich hier auch den Videokurs zu diesem Thema heraus, was mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, ja, dass das wirklich jeder mitkriegt, dieses Basiswissen wenigstens, ja, wenn er sich jetzt vielleicht noch kein Coaching bei mir leisten kann. Und meine Kindheit war in der Hinsicht schwierig, dass ich sehr viel Gewalt abbekommen habe, sei es verbal, ja, oder körperlich. Und ich denke, dass es vielleicht auch die Hochsensibilität nochmal getriggert hat, obwohl man damit auf jeden Fall geboren wird mit der Veranlagung. Ich denke, es ist aber die Frage, ob es halt ausbricht. Weil irgendwann habe ich gelernt, dass ich sehr sensibel sein muss. Also ich war quasi immer auf Alarmstufe Rot, immer auf der lauer gelegen, wann jetzt eines meiner Elternteile oder Bezugspersonen jetzt vielleicht nicht gut drauf ist oder ich was abbekomme, damit ich das wirklich sehr früh präventiv erkennen kann, mich in Sicherheit bringen kann oder irgendwas dagegen tun kann. Und ja, jetzt die ganze Geschichte kann ich natürlich nicht erzählen, da gehört sehr, sehr viel dazu. Aber jedenfalls war das dann schon immer, dass ich sehr sensibel war und das auch noch weiterentwickelt habe, ja, also wirklich mir auch zu Nutzen gemacht habe. Und das hat auch dazu geführt, dass es sich so stark eben ausgeprägt hat. Und es war auch bei mir immer so, dass ich allen helfen wollte. Also wenn jemand geweint hat, ich konnte mich so krass hineinversetzen, wirklich, und wollte ihnen dann immer helfen, habe dann Kindern meine Puppen geben wollen oder so, ja, weil ihre kaputt gegangen ist oder sie keine hatten. Ich wollte immer helfen, ja, seien es Erwachsene gewesen, denen ich helfen wollte als Kind oder andere Kinder. Und desto älter ich wurde, desto besser oder schlimmer, ja, wie man es sehen will, wurde es. Also ich hatte ein richtiges Helfer-Syndrom. Ich wusste auch nicht, wie soll ich es kanalisieren. Es hat mich einfach auch so mit Freude und Glück erfüllt, anderen zu helfen. Natürlich, das hört sich jetzt total toll an, aber natürlich hat es auch einen egoistischen Grund, ja, nicht nur, dass man anderen helfen möchte, sondern natürlich habe ich auch diese negativen Gefühle wahrgenommen und ich habe es einfach nicht ausgehalten, diese negativen Gefühle. Ich habe es einfach nicht ausgehalten und wollte dann den Menschen helfen, weil ich das natürlich auch nicht mehr nachempfinden wollte, weil ich das alles so mitgekriegt habe. Und teilweise hatte ich dann so krasse Ängste, wenn ich in einen Raum gekommen bin. Ich wusste nicht, woher kommt das. Mir ging es richtig schlecht und ich konnte es nicht abgrenzen. Ich wusste nicht mehr, was fühle ich, was ist hier gerade Sache. Und natürlich kommt dazu, dass ich auch sehr, sehr viel kritisiert wurde als Kind, abgelehnt, erniedrigt, abgewertet und ich dann auch einen sehr, sehr niedrigen Selbstwert hatte. Und wenn ich natürlich dann sehr sensibel reagiert habe, oft geweint habe oder traurig war und mir Dinge sehr lange zu Herzen genommen habe, die anderen Menschen haben es nie verstanden. Sie haben gemeint, komm, Iwona, jetzt übertreibst du aber. Das ist doch kein Grund. Und die Erwachsenen sind ja auch oftmals so, dass sie sagen, ja, wenn ich sage, du hast jetzt keinen Grund zu heulen, dann hast du auch keinen Grund zu heulen, weil diese sehen wir ja oftmals, was ich eben halt auch im Videokurs genau beschreibe, als die Götter, ja, die alles besser wissen. Und dann kommt man sich auch falsch vor. Und ich kam mir halt irgendwann komplett falsch vor, als wären meine Gefühle nicht wahr, als könnte ich mein Gefühl, meine Emotionen nicht trauen, dem, was ich empfinde, ja, einfach, was ich fühle, als würde ich dauernd falsch liegen, als wären meine Gedanken nicht viel wert oder meine Stimmung oder das, wie ich mich halt eben fühle, als wäre das alles falsch, als könnte ich gar nicht sagen, wie ich mich fühle, als würde ich mir das alles nur einbilden, weil das habe ich natürlich auch sehr oft gehört, ach, das bildest du dir nur ein, dass hier gerade irgendwas nicht stimmt. Und ja, auch im Erwachsenenalter habe ich das oft gemerkt. Also ich konnte manchmal sagen zu Freundinnen von mir, du, ich habe das Gefühl, der und die, die haben was gegen uns, wo wir vielleicht nie mit diesen Menschen geredet hatten oder es eigentlich keinen sachlichen Grund gab. Und irgendwann kam raus, ja, die haben in dem Augenblick vielleicht wirklich um uns gelästert oder hatten was gegen uns. Und ich habe das einfach gespürt. Und jetzt natürlich nutze ich seit einigen Jahren diese Gabe als Coach und helfe Menschen damit. Und diese Hochsensibilität ist wirklich sehr, sehr wichtig, um Menschen zu helfen, finde ich. Die ist nicht die Voraussetzung dafür, aber ich habe gelernt, damit umzugehen, vor allem was die Gefühle angeht, also die Wahrnehmung ganz vieler Gefühle und Eindrücke. Und auch diese krasse Empathie dafür zu nutzen, meinen Coaches sehr gut helfen zu können. Und ich wirklich, ich bin überwältigt von diesem Feedback, was ich derzeit vor allem auch kriege, dass wirklich Coaches, die zu mir kommen, sagen, mein Gott, das ist besser als beim Psychologen. Und die waren auch teilweise alle Jahre lang beim Psychologen und das konnte ihnen nicht geholfen werden. Und das ist das Feedback, was ich liebe. Und ich denke, es hat auch nicht nur etwas mit meinen Methoden zu tun, die ich anwende, sondern auch mit dieser Empathie, mit dieser Hochsensibilität, dass ich mich halt eben extrem gut hineinversetzen kann. Also habe ich es geschafft, etwas Gutes aus meiner Hochsensibilität zu machen. Das erst mal dazu, ja, zu dieser Geschichte von mir, weil ich halt einfach früher, wo ich noch ein bisschen unbewusst war oder was heißt ein bisschen viel unbewusst war, das nicht irgendwie wahrnehmen konnte, was da jetzt abgeht. Also ich habe nur gemerkt, ich bin sehr sensibel und mein Selbstwert war halt eben auch gering. Das sehe ich halt eben auch oft bei meinen Coaches und habe das auch für mich selbst irgendwie so herausgefunden, dass eben hochsensible Menschen oft mal einen sehr, sehr niedrigen Selbstwert haben. Aber warum ist das denn so? Warum ist gerade von hochsensible Menschen der Selbstwert oftmals niedrig? Also das liegt unter anderem daran, dass, wie ich eben auch schon ein bisschen angeschnitten habe, das Umfeld, vielleicht die Eltern, Freunde, Lehrer, wer auch immer, sagen, man übertreibt. Die Wahrnehmung stimmt nicht. Ja, also auch wenn wir dann als Hochsensible merken, ja, jemand ist schlecht gelaunt. Man bekommt das Gefühl einfach, sich nicht mehr auf sich selbst verlassen zu können. Und das ist, was man wahrnimmt, einfach nicht stimmt. Man vertraut sich auch nicht mehr. Und das ist auch ein Problem mit dem Selbstvertrauen, ja. Und dadurch schreiben wir anderen Menschen einen höheren Wert zu, weil sie haben ja recht, die sind vielleicht irgendwie eine Überzahl. Und wenn drei Menschen sagen, du hast Unrecht und wenn du noch recht jung bist und einen niedrigen Selbstwert hast, nicht reflektierst, ja, nicht bewusst bist, dann nimmst du das an. Und vor allem, wenn das eben die glorreichen Eltern, ja, die Götter quasi sagen. Und wir denken dann, wir täuschen uns und wir haben nicht so viel Ahnung, also sind wir vielleicht auch nicht so viel wert. Unsere Meinung ist nicht viel wert, unsere Wahrnehmung. Und wir fühlen uns halt dadurch runtergebuttert und unterlegen. Und auch dadurch, dass wir halt dann negative Gefühle verstärkt wahrnehmen von anderen Menschen, können wir uns oftmals nicht abgrenzen. Wir wissen nicht, kommen die Gefühle aus uns selbst oder kommen die Gefühle von einer anderen Person, die wir einfach annehmen, die wir fühlen und wo wir nicht reflektieren, von wem kommt das jetzt. Wir fühlen uns dann halt einfach schlecht. Und wir denken, wir sind dann schlecht. Das geht auch oftmals mit Depressionen einher. Da muss man aufpassen. Ja, hochsensible Menschen haben auch oftmals Depressionen. Und man hat dann einfach dieses stetige, schwummige, schwummerige Gefühl. Man ist schlecht, weil man halt diese schlechten Gefühle wahrnimmt. Vor allem die schlechten leider. Das ist irgendwie so bei hochsensiblen, ich weiß nicht, woran das liegt, eher als die positiven. Und man denkt dann, okay, weil man einfach sich schlecht fühlt, dadurch, dass man so viele Emotionen und Gefühle anderer wahrnimmt, das nicht verarbeitet, nicht reflektiert, sich davon nicht reinigt quasi, denkt man, man ist halt schlecht. Man denkt halt schlecht über sich. Und es ist vielleicht eine andere Person, die schlecht über sich denkt, mit der du wohnst, mit der du viel zu tun hast. Aber du denkst dann dadurch, dass du diejenige Person bist, die schlecht über sich denkt, obwohl das vielleicht gar nicht so ist. Und man will auch einfach anderen helfen. Ja, man kann sich halt eben so gut in sie hineinversetzen. Und wie gesagt, deswegen entwickelt man auch oftmals so ein Helfer-Syndrom. Weil man muss ja irgendwas damit machen, wenn man das schon wahrnimmt. Ja, man schreibt dadurch dann auch anderen oftmals einen höheren Wert zu, als sich selbst unbewusst. Ja, da es irgendwie wichtiger scheint, ihnen zu helfen, damit man eben, wie ich auch schon bei meiner kurz zusammengefasstenen eigenen Geschichte kurz erzählt habe, dass man eben das negative Gefühl selbst nicht mehr fühlen muss. Ja, und man merkt halt einfach nicht, dass dieses Gefühl nicht von einem selbst kommt. Aber unbewusst spürt man es dann manchmal und will vielleicht deswegen gerade anderen helfen. Ja, und auch ein bisschen vielleicht, um das eigene schlechte Gefühl loszuwerden. Ja, so, oh, wenn ich als anderen helfe, dann fühle ich mich vielleicht besser. Aber wenn man da nicht aufpasst, läuft man einfach Gefahr, dass man sich irgendwann nur noch schlecht und ausgelaugt fühlt. Weil die anderen Menschen, die brauchen deine Energie, die ziehen deine Energie. Vor allem, wenn es Menschen sind, die viel jammern. Und auch Menschen, die nicht jammern, denen du hilfst. Wenn du dich nicht genug ausrufst, wenn du nicht zu dir selbst zurückkommst, dir genug Auszeiten nimmst und dich wirklich bewusst reflektieren kannst, werden diese Menschen dich total auslaugen, die Energie ziehen und du wirst dich noch schlechter fühlen. Egal, wie viel du anderen Menschen hilfst, wie viel Spaß es dir macht oder nicht. Weil hier muss man auch gucken, macht es dir wirklich Spaß? Weil nicht jeder, der hochsensibel ist, muss irgendwie Coach oder Psychologe werden und anderen Menschen helfen. Guck einfach, macht es dir wirklich Spaß oder fühlst du dich dazu gezwungen? Man nimmt sich halt also dann aber auch selbst nicht wirklich so wahr, ist oft nicht bei sich. Man kann nicht abtrennen. Man weiß halt eben nicht, bin ich das oder ist das der andere. Man will halt eben einfach, dass es aufhört und deswegen verhält man sich so. Und dadurch, dass man eben durch die Hochsensibilität auch sehr, sehr schnell verletzt ist, fühlt man sich auch schnell abgewertet, angegriffen und abgelehnt. Ja, weil wenn jetzt zu einer hochsensiblen Person auch ein x-beliebiger Mensch kommt und sagt, du siehst aber hässlich aus oder ich mag dich nicht oder das hast du nicht gut gemacht. Die Person fühlt sich schlecht und vor allem, wenn das Menschen sind, die einem was bedeuten oder Kollegen oder der Chef. Man fühlt sich direkt abgewertet vielleicht, man könnte nichts und man macht alles falsch und man spürt es halt alles sehr, sehr viel intensiver als Menschen, die jetzt nicht hochsensibel sind. Natürlich auch Menschen, die nicht hochsensibel sind, haben sehr, sehr oft Selbstwertprobleme. Meiner Meinung nach fast jeder hat ein Selbstwertproblem von uns. Aber Hochsensible sind dafür wirklich viel anfälliger, weil sie halt eben die Gefühle viel länger bei sich behalten, länger brauchen, um das wahrzunehmen, was ist jetzt passiert, sich einfach dann vielleicht auch in einem kleinen Schockzustand befinden und dann die eigene Emotion da ist und dadurch die Gefühle und dann auch von der anderen Person, die vielleicht stinkig ist oder schlechte Laune hat, mit sich selbst und zufrieden ist und ihren Ärger an uns auslässt. Und deswegen aus diesen genannten Gründen ist oftmals der Selbstwert von hochsensiblen Menschen halt sehr niedrig. Aber was kann man jetzt dagegen tun? Wie kann man also verhindern, dass man sich schlecht fühlt, dass man die Hochsensibilität ins Negative dreht, dass sie einen eher belastet? Und ich sage dir eins, es ist immer eine Belastung in einer gewissen Art und Weise. Wenn du nicht das wirklich reflektieren kannst, wenn du das nicht abarbeitest, die ganzen negativen Gefühle, die du da aufnimmst, wenn du das nicht anschaust, woher kommt das und so weiter und so fort, dann wird es dich immer belasten und man muss immer als hochsensibler Mensch aufpassen. Ja, was passiert gerade mit einem? Das ist wirklich eine lebenslange Aufgabe dann, aber man kann diese Hochsensibilität natürlich auch für so viele tolle Dinge benutzen, ja, weil man sich halt eben in andere hineinversetzen kann, weil man anderen Menschen helfen kann, weil man so wirklich Berufe ausüben kann, die anderen Menschen helfen. Also behalte das im Hinterkopf. Trotzdem solltest du etwas dagegen tun, also du solltest auf der einen Seite die Hochsensibilität für deine Ziele nutzen, dazu vielleicht in einem anderen Podcast mehr, aber du solltest natürlich auch etwas tun, dass du von der Hochsensibilität nicht übermannt wirst, ja, dass du jetzt nicht irgendwie komplett im Negativen bist und dich dauernd schlecht fühlst und dein Selbstwert darunter leidet. Mein Tipp Nummer eins, grenze dich ab, bleibe bei dir, frage dich. Wenn du ein negatives Gefühl wahrnimmst, um nochmal auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, du kommst ins Büro und du fühlst dich schlagartig schlecht, obwohl es dir vorher vielleicht gut ging, reflektiere sofort, sage Stopp. Ist es mein Gefühl? Ist das jetzt wirklich mein Gefühl? Und wie findest du das heraus? Finde heraus, ist da jetzt ein Gedanke vorgegangen, ein negativer Gedanke vielleicht, den ich gedacht habe? Gibt es überhaupt einen Grund, dass ich mich heute schlecht fühle? Gibt es jetzt wirklich einen Grund? Und warum geht es mir jetzt gerade schlecht, wo ich in die Arbeit reingekommen bin? Es kann natürlich sein, dass du vielleicht am vorherigen Tag Streit mit jemandem auf der Arbeit hattest oder Angst hast, weil du heute vielleicht eine wichtige Abgabe hast. Das ist etwas anderes. Es kann so viel sein. Es kann auch sein, dass du vielleicht einen Gedanken hattest, der durch irgendwas, was du vielleicht im Büro gesehen hast, getriggert wurde, oder den du mal hattest. Vielleicht hast du deinen Ex oder deine Ex am Mist. Ja, es kann alles sein. Und schaue da wirklich, welcher Gedanke ist da vorausgegangen, wenn du dir sicher bist, okay, es kommt wirklich von mir. Und wende den Realitätscheck an. Dazu habe ich auch einen Podcast gemacht und auch einige YouTube-Videos werden dazu folgen. Wenn du aber feststellst, nein, das ist eigentlich nicht mein Gefühl. Das ist das nicht. Ich merke hier gar nichts. Und gehe da wirklich tief in dich hinein und spüre tief in dich hinein. Und du wirst dann merken, ist es wirklich von dir oder ist es von jemand anderem? Und das Unterbewusste wird meistens antworten. Dann grenze dich sofort von diesem Fremdgefühl ab und sage, das hat nichts mit mir zu tun. Sag es laut, wenn es geht oder sag es dir selbst einfach innerlich. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat nichts mit mir zu tun. Das Gefühl kann dorthin, wo es hingehört. Und wenn dir dieser Mensch wichtig ist, dann nutze deine Gabe, nutze deine tolle Empathie und spreche ihn an. Versuche ihm zu helfen. Aber grenze dich immer ab. Es ist am Anfang recht schwierig, das zu machen. Man muss es wirklich üben. Es ist nichts, was von heute auf morgen funktioniert. Was da unterstützend wirkt auf jeden Fall, ist, dass du dir etwas vorstellst. Und zwar stellst du dir einfach vor, wie du Abstand nimmst innerlich, paar Schritte vor der Person zurückgehst und die Verbindung trennst. Das heißt, du stellst dir einfach so ein verbindendes Band oder ein Licht vor zwischen dir und der Person und wie du es durchschneidest. Und das machst du sehr, sehr oft und irgendwann wird diese Übung dir helfen, dich komplett zurückzunehmen. Also das ist auch etwas, was sehr, sehr gut hilft. Aber das Wichtigste ist wirklich, dass du dich fragst, ist das wirklich mein Gefühl? Habe ich gerade einen Grund, wütend zu sein? Traurig? Warum gerade jetzt? Ja, hinterfrage. Und es wird irgendwann immer klarer werden. Idealerweise hast du dann vielleicht auch Notfallhelfer, die dich schnell wieder auf Kurs bringen können. Vielleicht Affirmationen, die du dann sofort abrufst, instant abrufst. Wie zum Beispiel, ich bestimme selbst, was ich wert bin. Ich bestimme selbst, was ich fühle. Oder ein guter Launelied. Vielleicht hast du auch Kopfhörer dabei. Du hast ein guter Launelied, was du hören kannst. Oder eine coole Person, die du liebst, die du denken kannst, die dir Kraft gibt. Dass du da schnell rauskommst. Also so quasi Trigger, die dich schnell aus diesem Wirrwarr, Gefühlswirrwarr holen können, aus der Situation holen können. Und dann läufst du auch nicht so schnell Gefahr, dich selbst abzuwerten. Vielleicht dich auch abzuwerten, weil du jeden Menschen einfach helfen möchtest und du kannst nicht jedem helfen. Und dann denkst du, oh toll, ich bin nicht gut genug. Oder dich abzuwerten, weil du andere Gefühle, Fremdgefühle als deine wahrnimmst. Vielleicht die anderen Personen, die sich gerade abwerten, mit sich selbst schimpfen, innerlich wütend auf sich sind, traurig sind, sauer sind, was auch immer. Und dass du das auf dich und deinen Wert projizierst. Oder wenn halt wirklich jemand kommt und dich irgendwie blöd anmacht oder zickig zu dir ist, dass du sagst, okay, das ist wahrscheinlich, weil ich es nicht wert bin, weil es mir nicht vergönnt ist, dass es mir gut geht. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Also da musst du auf jeden Fall auch definitiv reflektieren. Dazu habe ich schon Videos gemacht, dass du und auch einen Podcast, dass du da wirklich guckst, okay, ist das jetzt wirklich die Wahrheit? Ja, hat die Person mich jetzt abgelehnt? Oder ist die Person vielleicht einfach nur schlecht drauf? Was hat das mit mir zu tun? Hat das was mit der Person zu tun oder mir? Sie ist doch schlecht gelaunt. Das hat mit mir nichts zu tun. Und auch wenn die Person was gegen mich hat, sagt das was über sie aus, nicht über mich, wenn ich jetzt wirklich nichts getan habe. Und auch wenn ich was falsch gemacht habe, sagt das immer noch nichts über meinen Wert aus, denn ich kann mich verbessern, ich kann es lernen, ich kann es besser machen. Also das sind die Tipps, die dir auf jeden Fall helfen sollen, abgrenzen, den Realitätscheck machen, gucken, wo kommt das her und dann kannst du deine Gabe auch für dich nutzen. Ja, du kannst dann auch jemandem helfen, wenn du möchtest, aber immer mit einem gewissen Abstand. Durchtrenne das Band, du bist nicht diese Person. Du bist das nicht. Und das kann dir dann auf jeden Fall auch helfen, deinen Selbstwert zu erhöhen. Wenn du allerdings aus der Kindheit einen niedrigen Selbstwert hast und auch hochsensibel bist, dann rate ich dir definitiv, in mein Coaching zu kommen. Bewerbe dich auf jeden Fall für dein kostenloses Erstgespräch, in dem wir gucken, welche Strategie dir dabei helfen kann, das aufzulösen und endlich frei und glücklich zu werden, damit du auch erfolgreich werden kannst. Das ist absolut kostenlos. Da freue ich mich auf jeden Fall auf dich. Bewirb dich einfach. Das findest du auf meiner Webseite www.ivona-lifecoach.de. Und du kannst natürlich auch zu einem anderen Coach gehen oder zu einem Psychologen. Das empfehle ich dir definitiv, weil das wird sich dann so schnell, wenn das so tiefsitzende Blockaden sind, nicht auflösen. Weil du dann wirklich so viel mitgemacht hast, wenn du vor allem eine sehr schwierige Kindheit hattest, wenn du Gewalt ausgesetzt warst, physischer oder psychischer. Das muss man wirklich in einem Coaching auseinandernehmen. Einem Coaching, was dich weiterbringt, was das alles auflösen wird, wo wirklich von jeder Seite angegriffen wird. Aber ich wollte dir hier schon mal ein paar Erste-Hilfe-Tipps geben und dir erklären, dass du nicht unnormal bist, dass es nicht so ist, dass mit dir nichts stimmt, dass du schlecht bist, dass du irgendwie gestört wärst. Nein, du bist anders als andere Menschen und diese Gabe kann man nutzen. Du kannst diese Gabe so nutzen, die Empathie und deine Feinfühligkeit, sei es für deinen Job, sei es privat. Du musst dich wirklich einfach nur lernen abzugrenzen, dir Dinge nicht mehr so sehr zu Herzen zu nehmen. Und dann wird das alles klappen und sehr gerne kannst du mir auch dazu eine Frage stellen, wenn du Fragen dazu hast unter info at ivona-lifecoach.de. Besuch auch sehr sehr gerne meinen YouTube-Kanal. Da hast du auf jeden Fall noch mehr Videos zum Thema Glaubenssätze, Selbstwert, Selbstliebe, glücklich werden und seine Ziele erreichen dadurch. Ich würde mich auch sehr sehr freuen, wenn wir uns auf Instagram vernetzen würden. Und auf Facebook, wenn du magst, da poste ich auch ganz ganz viele interessante Zitate, private Eindrücke. Da verpasst du auf jeden Fall auch nichts mehr. Und du kannst mir auch sehr sehr gerne Kommentare hinterlassen auf YouTube oder auch Privatnachricht oder auf Instagram oder auf Facebook, wenn ich poste, dass ein neuer Podcast oder ein neues YouTube-Video draußen ist. Was du davon hältst, welche Erkenntnisse du vielleicht mitgenommen hast, was für dich hilfreich war, was dir vielleicht auch noch wünschen würdest für ein Video oder ein Podcast, welches Thema und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf dich. Also melde dich einfach, wenn du Fragen hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag. Denk einfach dran, du bist etwas Besonderes, du bist wertvoll, du hast eine Gabe und auch wenn du nicht hochsensibel bist, hilft es dir vielleicht dabei, dieser Podcast, dass du mit hochsensiblen Menschen besser umgehen kannst, dass du vielleicht mehr Verständnis für sie hast, dass du sie nicht abwertest oder abstempelst, dass du sie vielleicht wirklich eher unterstützen kannst und ihnen zuhörst. Also pass auf dich auf, hab einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Podcast. Deine Ivona. Deine Ivona. Deine Ivona. Deine Ivona. Deine Ivona. Deine Ivona. Deine Ivona.